Nö, nicht wirklich. Oh, da gibt es noch eine Iron X, sehr gut. Nehme ich mit. Das Bild packe ich mit hier rein. Pumpkins, ey. Was willst du dir als nächstes machen? Eine Tanksumrüstung? Egal, irgendeine Metallrüstung. Okay. Das ist ja mein Pumpkin-Mampen. Yum, 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 yum. Willst du auch noch eins haben? Jo. Juhu. Aber wir haben eh genug Pumpkins und da könntest du auch selber was machen. Wir haben über 100 Pumpkins inzwischen. Ja, vielleicht brauchen wir die ja noch irgendwann mal zu was Sinnvollem. Wui. 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 Kommt denn hier an. Was? Das sieht so aus wie so... Ah! 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 Du kannst doch verarschen, oder? Dann helf dir doch schon. Wenn du nicht so viel rumspringen würdest, könnte man dir auch besser helfen. Ich versuche ja nur mich zu wehren. Ich hab nicht mal einen Drank dabei. Aber einen Pilz. Na ja. Pilzeesser du. Jaaa. Magic was schon gern. Boah wach du blöder Hase. Mjomjomjomjomjomjomjomjom. Mehr Holz für die Welt. Ja. Rettet die Bäume erst mal wieder. Nicht rette die Bäume. Holz zieht sie ab und baut sie neu! Na das kann man natürlich auch machen. Ja, also wir sind definitiv Unterstützer zur Abwechadung des Regenwaldes. Ja, regnet die auch gerade! ja natürlich also das hat schon einen tiefgründigen grund warum wir nur holz sammeln gehen wenn es regnet ja wir wollen genau ausdrücken dass wir nur regenwälder abholzen wollen ganz genau das ist genau das ist unsere botschaft sehr gut hier zwei mit einem schuss das ist aber eine sehr negative botschaft an die welt ach ja die welt macht die welt mit atomkraft kaputt und wir machen die welt mit abholzung vom regenwäld kaputt egal so eigentlich wollten wir damit runter gehen ich habe wieder 115 holz erstmal holzplattformen bauen ich habe auch eine 25 holz auch als man braucht es werden wir auch ganzen weiß ja ja sicher was du jetzt weißt du was die kraft ich mir jetzt einfach einfach nur so ausfangen jetzt zu zeigen warte die kann ich hier nicht hinsetzen warte ich setze mal hier hin so die plattform ja die gibt da hast du recht pampkin plattform ja pampkin ich bin ja fast unten ne ja ich bin gerade auf dem weg noch ich muss mir noch ein paar plattformen kraften wie stark halt das ding ist dieses zauber der zauberstab ist geil kann ich nur empfehlen wenn man mindestens 40 mana hat dann geht das schon ganz gut da jetzt läuft sie damit 60 fps komischerweise so da kann ich mir den glow stick holen von dem bau da merkt man ja echten unterschied lecken sage ich doch 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 wie lange aber die aufnahme wird aus der ich hatte für unterbrechen aus steaks weiter sehr gut ja haben wir letztes mal oder waren wir hier schon nee war man nicht weil wir da an dem weil diese komische quale kamen und wir nichts hatten bis dahin aha schuld ja da hinten geht es nicht weiter nein diesmal nicht was nicht so anfängt habe ich es halt abgebaut und vergisst sogar noch eins nein das läuft doch jetzt über und meine schöne auch man ja nee das ist was produktiv weißt du jetzt haben wir hier wenigstens einen großen sie toll ich war wenigstens sehen mag auch nicht das hat mir ganze zwei schaden gemacht übrigens rot und so wie tot mit einem schuss nix kann er nicht wenn man so einen schönen zauberstab hat zauberstab zauberstab wir müssen ganz lange nach unten fallen wenn ich mir die mini cutter angucke naja jetzt einfach rush wie komme ich achso du bist ja gestorben und ich muss nicht wieder hoch ja kann überlegt wie kommen wir hier nicht wieder hoch und dann mit mir einfach ach wir sind wir haben da glaube ich ein problem mit unseren warte war auf dem mini web kann es sein dass das da unten wasser ist dem bin ich sicher kann ich kann doch irgendwie ganz aufmachen mit welcher hast du ging das nochmal äh keine ahnung irgendwie map moment mal mach du mal weiter ich muss das noch kurz hier so warte ich glaube dadurch nein kriegt man keinen Fall schon mehr und ja da unten wasser mehr oder weniger ja aber du bist halt nicht ins Wasser gefallen ja ich wäre sowas so drauf gegangen war das war schon wieder richtig knapp boah lassen wir wieder einen weg nach oben machen damit wir hier nicht wieder nochmal runterfallen müssen oh mein Gott oah was ist das ist der Astronauts Skelett was wo hier unten im Wasser jetzt ist es weg Piranhas hallo ja die habe ich die habe ich gerade so wo bin ich denn reingefallen da bin ich reingefallen ich glaube ja hast du noch so ein Glowstick ich glaube ich habe einen einzigen von dem Ding gerade von dem Jellyfisch da achso jetzt läuft mein Inventar auch schon mit 60 FPS äh weil den den da runter werfen kannst du mich gucken ob da noch was liegt sogar drei fällt mir grad so auf aber mit dem hoch komm ich ja da rauf da übrigens auch ein Herz echt? da links bei mir genau auf unserer Höhe links ist ein Herz ja genau das meinte ich so ja wenn ich da jetzt runter gehe bin ich tot ach da unten sind Taucherskelette what the fuck das überlebe ich nicht ach so aber liegt da noch was ja da liegt noch was ja so wie machen wir das jetzt am besten ah warte ich ne da liegen meine Bomben geh mal weg na was geht das jetzt nicht mehr hä ach so ich will dass wer nicht hier stehen kann mal weißt du ja kommst du mal zu mir hoch ich ziehe jetzt dein Herz erstmal ok ach das muss erst das Herz oben weg dann kann oh ich hab's bekommen Moment ich geb's dir jetzt rechts klicken juhu so also die beste Möglichkeit da ranzukommen ist gar nicht ich weiß nicht mit meinem Fernkampf vielleicht versuchen da bisschen was ja das komische sind halt die dass du halt nur eine begrenzte Zeit unten hast und dann wird's komisch soll ich jetzt wagen Manners 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 alle so ähm muss es halt extrem schnell vorbei wir leben ohne die 65 oder du gehst da ganz rechts also auch wieder so ein luftding ah ok da ist auch wieder luft ja super so könntest du bitte 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 Mr.Fackel so so komm eigentlich wieder hoch hoffentlich ja komm 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 du musst mit der luft aufpassen ne jetzt kannst du ja nochmal dein Zeug holen gehen ja genau juhu so dann müssen wir uns hier wieder hochbauen würde ich sagen ich muss mich zumindest hochbauen ja wir finden noch genug Edelsteine oh erst mal werfen warum weil man's kann ne weil da Gold ist ne und da unten ist schon wieder irgendwelches Pilzgedöns und noch mehr Taucher weißt du was mir geht das jetzt auf den Keks go 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 Wasser verteil dich alter Junge das brauchen wir ne Weile was ist das grad hat das oh mein Gott das wird jetzt lustig da wird jetzt alles geflutet es läuft es läuft es läuft oh komm du kannst sagen wir halten mal zwei auf da unten ist schon ein Fisch da ist schon Piranha gespawnt im Wasser sehr gut nice ich glaub der Raum da unten ist ziemlich groß hm hab ich auch so den Eindruck was da grad alles in Wasser reingeschlossen ist naja man sieht's ja noch nicht mal so genau das gehört natürlich auch noch nein ah dann machst du das unter uns weg ey ah ok alles safe warum machst du das unter uns weg bist du bescheuert ja ja es läuft und läuft und läuft es läuft überall es läuft überall wackeln hier müsste eigentlich irgendwo noch ein Raum sein mit einer Kiste hoff ich zumindest alter wie weit die Höhle hier noch runter geht es läuft überall das Wasser lang ne ja da ist der Gold u he nein nix drin oder was ja nix interessantes Jägertrank wieder Fackel 2 Gold super 3 Gold und äh warte was war noch drin genau ich glaub das könntest du nicht schlecht gebrauchen Healing Potions hab ich doch welche ja aber halt nicht mit 100 Leben doch doch ich hab jetzt 7 davon oh lol ah ich hab mich ersaufe jetzt denk ich mir auch grade so wo kam das ganze Wasser her kreise dein Leben ist doch wirklich bedenklich ich glaub das war wie mein Heiltrank äh ja ich glaub du kannst das doch besser gebrauchen als ich das Wasser ist übrigens zu Ende hier juhu warte dann dann warte 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 ach so ja glaub ich hab hier bloß in irgendein Quatsch rein ja guck mal jetzt ist da unten ja super ich hab grad jetzt nix mehr zum werfen ne Ich muss doch Bomben haben. So, mal gucken. Das fällt doch sonst wohin. Alter! Das fällt einfach nur runter, ne? Kannst du knicken. Dann werden wir uns das Wasser komplett da reinlaufen lassen. Ah, super. Okay, warte, ich muss auch... Reicht nicht. Au! Blöder Dunkelheitsschleim, jetzt seh ich nix mehr. Blöde Dunkelheit, die, geh wieder weg, ich will wieder was sehen. Eins. Und, ah, ich seh wieder was. Zumindest mehr. Was war'n Gott jetzt? Was? Ein Maus ist da. Ja, du bist doch die Katze. Kommer! Irgendjahr hat er mir ein bisschen geleckt. So, wohin? Mal hier oben gucken, würde ich sagen. Okay. Kannst du mal Planken dran machen? Ja, mach ich. Au! Boah! Ich wollt's gerade sagen. Ich seh sowas nicht. Nein! Jetzt werd ich ja grad fast nochmal reingelaufen. Ist das abgemacht? Ist das abgemacht? Ja, gut. Ja. Und ich hab' einen Bogen-Schießdrank bekommen oder so. Bogen-Schießdrank, erhöht Pfeiltempo und Schaden um 20%. Aber ich glaub' hier oben ist nix. Noch? Hier? Nix interessantes. Ach, ja gut. Bisschen Tin. Bin schon so auf Gold geeicht, ich seh das gar nicht mehr. Nur noch Gold. Gold. Ach ja. WTF? Hast du noch was übersehen, mein, mein guter Freund? WTF? Hätten wir das jetzt nicht gesehen, Alter. Jede Menge Amatisten nehm' ich. Ja, dann hast du deinen Hook wohl auch. Ja, auf dich. Ich weiß nicht, wie wir davon noch hatten. Also ich hab' jetzt gar keine, glaub' ich, aufgenommen. Nee. Ich hab' 16. Ja, dann kann ich doch die direkt craften, oder? Brauch' ich dafür? Nee, brauche ich wahrscheinlich was. Ne Purple Torch. Äh, ja. Nee, ich brauch' wahrscheinlich ne Crafting Bench dafür. Ach komm, mach' ich mal ne Pumpkin Work Bench und dann kann ich das daran craften. Jetzt frag' mich nicht warum, weil ich's kann, mach' ich das jetzt so. Hä, wo ist es? Mushroom Chair, alles klar. Ja. Waren doch 15, oder? Wie man brauche? Ich hab' 16. Warum darf ich die jetzt nicht craften? So. Robes brauchen wir vielleicht? Was hab' ich jetzt? Ach. Hab' ich ne Mushroom Wall gebaut. Ich hab' ich da gar nicht. Ach, keine Ahnung. Ich mach' das oben jetzt. Ähm. Da geht es gerade ab. Da gibt's Party. One-Shot-Party. Seh' ich auch. Ja, denk dran, wenn's so'n Schleim hat uns damals gekillt. Wir werden... HAWA! Oh mein Gott. War ja schon alles so gut wie tot. Mensch, schlimmer. Ich hab' Red Husk bekommen, was auch immer das ist. Das ist einfach bloß in... in Farbstoff. Also... Kann man zum Farbstoff herstellen? Verwendet, um Rückenfarbstoff zu malen. Okay. Maus. Meine. Meine. Was? Deine. Maus. Was? Guck die Katze durch, ja? Ja. So, gehen wir jetzt weiter? Oder gehen wir erst mal wieder zurück? Wie du willst? Hab' nicht so viel, würd' ich jetzt sagen. Bis auf den Hook, den ich mir halt machen könnte. Kann ich eigentlich nie so viel machen. Na gut, wir haben jetzt... Ah, da ist auch noch was. Ah, stimmt. Na gut, wir haben jetzt halt noch nicht... Wir haben jetzt halt unten alles geflutet. Von daher ist das so... Unbegehbar, sag ich mal. Ja, am Ende haben wir dann noch irgendwie Haus geflutet oder so. Das wär echt doof. Das wär wirklich doof, ja. Oh, falsche Taste. Ja, ich hab mir grad gedacht, du schießt gegen die Decke. Oh, ho, 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 ho. Nehmen wir doch mal den Weg. Der ist ja auch geflutet, what the fuck. Das ist aber nicht unser Wasser, oder? Kann er gar nicht sein. Na komm, ich hab'n Hook, ich darf da runter. Da ist aber nix. Ne. Oh, und weil hier drüben irgendwo hingeht? Hm, ich glaub'n nicht. Nicht wirklich. Ne. Ne. Äh. Hm. Ich will auch n' Hook haben. Ich muss jetzt mal hier rausbauen. Ja, komm. Da drüben gehen wir wieder die Party ab. Ich bin so dran gewöhnt, dass er auf der 1 mein... mein Dingens ist. Schade. Das darf nicht wahr sein. Dann räum' ich zweimal über mich drüber. Schade. Oh, ne. Ich weiß nicht, wie viel ich dir mitbringen kann, aber ich versuch's mal wieder, ne. Ja, aber ich komm' einfach schon drunter. Ja, aber ich kann bei weitem nicht alles mitbringen. Ja, ich komm' einfach schon drunter. Ich hab' schon was eingesammelt. Ja, komm, ey. Ja, lass mich doch noch mal verrecken. Also ich bin jetzt wieder da, wenn du erstmal was bisschen was haben willst. Ja, ich versuch' gerade hier zu überleben. Oh, es ist schnell. Die haben jetzt fußgebies geil. Aber ich hab' jetzt dein Zeug. Ja, ich versuch' mal den Rest zu retten und dann... Ah, man braucht glaube'n Anvil für den Amethyst-Tuck. Das ist möglich. So, irgendwie den Kram hier, den ich gar nicht brauch' wegmachen. Ja sicher, jetzt bummst du mich gleich so'n Wurm weg. Ich kann den großen Amethysten machen. Da kann man irgendwie Capture the Game spielen. What the fuck? Wie weit geht denn meiner? Oh, der ist gar nicht so kurz. Der Hook. Das hilft auf jeden Fall. Überhaupt, meinen Hook zu haben. So, ich werd' gleich... ...krepieren, sag' ich dir jetzt schon. Wie gesagt, ich hab' dein Zeug ja eigentlich auch hier. Ich bin grad' oben. Okay, okay, go. Mann, ich bin fast... Ich bin nicht mal im Ansatz da. Oh, doch, ich bin fast im Ansatz da, komm. Ach, ich hab' deinen Topaz Hook, hab' ich ja auch. So, da war' das. So, da war' das. Hm. Da unten. Hä? Bin ich jetzt zu verwirrt, um zu... ...um zu... ...um zu... ...um zu... ...dass, wo ich grepiert bin? So, da drüben. Da drüben gibt's noch'n Pauschen. Ich pack' das übrigens mal alles in die ganz linke Truhe, was ich hier denke, was von deinem ist, ne? ...